Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist das Dönerparadies Heilbronn. Erstmal kurz, wer keinen Döner mag, für den gibt es so, so, so viele Möglichkeiten, was anderes zu genießen. Da habe ich ein ganzes Video dazu gemacht. Aber wer mag schon keinen Döner? Vor allem, wenn er so gut isst wie hier in Heilbronn. Er gehört inzwischen ebenso zur Stadt wie die Wesen wirtschaften. Es gibt die Heilbronner Originale ebenso wie die jungen Ketten. Es gibt ihn von Hand zubereitet oder von der Maschine geschnitten. Echte Vielfalt.